Erst gefrorene Früchte in dem Mixer-Trieb. Dann etwas Punica in dem Mixer-Trieb. Dann mixen. Ich tue noch etwas Eis rein. Was ein wirklich? Ja. Etwas rühren. Noch etwas Punica rein. Ich tue noch etwas Punica. Ich tue noch etwas Punica. So, fertig ist unser Smoothie. Viel Spaß beim Nachmachen. Lasst ein Like da und ein Abo da. Danke an alle. Am Ende haben wir so einen leckeren Smoothie. Zum Selbermachen und zum Trinken. Teilt das Video mit all euren Freunden. Das war's. Ciao.